Willkommen zurück hier bei Spintas, wir sind hier mit dem Holztrag den man hier im Hintergrund sieht und wir müssen nach hier und das dunkel wird stelle ich das ganze Zeit einfach mal auf 8 Uhr vor, ja wir sollten auch genug Sprit dabei haben müssen wir erstmal hier raus das könnte jetzt interessant werden so wie sie sehen, sehen sie nichts und das sehen sie ganz genau na gut, das geht schon mal ja, aber so weit waren wir waren wir ja schon mal, wir sind bis zum Wasser gekommen und dort dann gescheitert, ich hoffe, dass das dieses Mal besser klappt erstmal muss man hier raus da kann man nicht davon, dass das was das wissen war einmal diesen Wagen im Grunde immer den da so blöd geparkt hat der Führerschein wieder weggenommen und wir fahren jetzt hier lang und wir fahren jetzt hier lang ja und hier war direkt hier Wasser da so eine Frage warte mal, warte mal wenn wir es schaffen Sekunde ich versuche etwas das könnte eventuell gehen wenn wir da rüber fahren also wenn wir hier durchkommen haben wir vielleicht eine Chance wartet oh ne Kamera die Kamera wollte ich nicht haben so so ja so 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 sie die die woanders hinzu kam hier Zudem hier hinzieht nein so ich hab's irgendwann wartet einfach ein bisschen so wir sind kein baum der direkt vor uns steht ich weiß vielleicht wie wartet ich muss nur treffen das könnte sich jetzt als ein wenig schwierig herausstellen doch so so ich glaube sie kommen raus dann machen wir das ganze oh verdammt tja ich würde mal sagen Freunde festgefahren so so loop so ja 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 komm noch ein bisschen noch ein wenig und ja ist wenn wir jetzt fest so jetzt kann uns vielleicht mit der Winde behilflich sein wenn wir die wenn wir die wo hin man fest egal und zwar wenn wir von hier von hier von hier ja wohin eigentlich auch war ja 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 okay so ja der Baum ist der Baumschüt hier im Wego wie Nein, so nicht auch nicht auch nicht äh das könnte gehen mehr von dem darüber da hin ok na also es geht sehr schön so ich möchte nur hier rum kommen aber das geht ja auch gut so das hier mal eben platt aber was entdeckt so was haben wir entdeckt falsche Taste ich glaube auf dem Berg soll ich mich anhalten nicht schon voll geladen wie wir sind holzvoll wird heißt das wir haben 100 Bäume plattgefahren oder wie okay egal so um so so bloß nicht umkippen hier noch ein bisschen ich muss irgendwie nach rechts rüber aber ich weiß noch nicht wie hier kann ich rechts äh da ist Wasser das geht nicht ich fahr mal ob ich hier weiter fahre hier ist nichts was oh verdammt 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 was mache ich jetzt am geschickt es ist ich will nicht schon wie ein Wasserland die Frage hat sich somit erledigt die Welt gefällt mir hier nicht wartet gut wir nehmen eine andere Hauptmenü jup und zwar werden wir jetzt äh ach wir nehmen das hier ja so das haben wir hier für Fahrzeuge den hat den hatten wir schon ich würde mal sagen wir können hier werden mit dem hier fahren ok gut hatte wir sind hier ein bisschen entdecken hier gibt es wir haben wir schon alle Autos das das ist ein Ziel ok muss man überall muss man hier was liefern wiederholz und holz wir müssen ja so überall Holz liefern ähm aber mit denen wir gerade haben können wir gar kein Holz liefern wartet mal so aber wir haben keinen Hänger da haben wir einen dann könnten wir wieder Holz liefern ok ich würde erst mal sagen wir werden ähm wir werden hier erstmal 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 ein wenig entdecken bevor wir hier mit dem Holz transport anfangen erstmal müssen wir umgucken ob die Map überhaupt dafür geeignet ist oder ob sie es eben nicht ist so und der wird nicht besonders schnell sein aber vielleicht hat der dafür mehr Kraft und ist deswegen für das Gelände besser geeignet und schauen wir doch mal wie setzt sich das dann eigentlich noch ganz gut aus hier so einfach ein paar Bäume hier nieder walzen die uns im Wege sind da steht eben eine Hütte da steht eben eine Hütte hier ist eine Jagd ein Hochsitz das ist das wir das ist eine Jägerhütte oder eine Jagdhütte und wir kämpfen uns einfach hier durch wenn hier eine Hütte ist gehe ich jetzt mal einfach davon aus dass hier auch ein Weg irgendwo sein wird ups ach komm und obwohl das ganze schon ziemlich verl lassen aussieht so geht es nicht so geht es auch muss sie vorbeikommen und dann versucht was anderes das doch was was doch komm schon dann machen wir es einfach anders und zwar so wir werden hier erstmal versuchen zu drehen so und versuchen das ganze einfach von hier und versuchen das ganze einfach von hier so dann halt hier so hier oh man das geht auch nicht das geht auch nicht verdammt tja dann äh ja dann 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 werde ich hierher fahren so so auch von der Partys zu Ende sehe ich gerade tja egal mal gucken ob wir aber oh oh ich würde mal sagen das war es hier wird uns auch die Winde nicht mehr rausziehen können vor allem weil die nicht nach hinten zieht Freunde ich würde mal sagen wir kläglich gescheitert und deswegen machen wir im nächsten Part hier weiter ich sag bis dann und ähm joa ciao